Gut, aber an sich läuft das ja schon, ne? Ist doch schön. Stimmt, ich muss auch noch einen Weg zu dem Häuschen runterführen. Das kann ich auch gleich dann machen. Nehme ich mir auch noch ein paar Steinziegelgezuppel mehr mit, keine Ahnung. Dann wird das schon klappen. So. Sprinter doch weiter, Mensch, Junge, mach doch nicht, mach doch nie so schwer, ey. Um mir vor allem nicht. Ja, ja, Schafe. Ich glaube, ich sollte vielleicht auch mal wieder ein bisschen rote Wolle sammeln, für das Gezogel da oben. So. Türe zu und was ist gefressen. Ähm... Stoner haben wir hier noch. Das da zum Beispiel wollte ich mitnehmen und das da. Sollte wahrscheinlich reichen. Sollte reichen, gut. Ach, Quatsch, Schmuckzeug, äh, da. Machen wir einfach nochmal ein... Einst der Knöpfe. Hier haben sie ja. Und noch ein paar Träppchen. Huch. So. Und... Ach, klar. Ein paar gehen noch. Und dann gehen wir mal pennen. Sehr gut. Oh, das ist ja alles so flagge, da jetzt sind die Schilder weg. Und ach, das ist doch blöd. Das mag ich voll nicht. Aber na gut. Ja, Enderman, ich hab dich gehört. Enderman? Hab ich natürlich jetzt gerade sehr schnell geschaltet, aber der ist sowieso schon über eine Berge. Leider. Ah, da, die ganzen Chancen. Ah, oh. Oh, Creeper. Mensch, hallo, mein Freund. Hau ab. Mag die nicht. Gib mir deine Erfahrungskügelchen. Yeah. So, dann können wir mal kurz... Ich werde gleich mal als erstes... hier an den Weg hinführen. Dann mal mal den, den, dann schaufeln. So, mal gucken, wie wir das dann machen. So, war das jetzt genau so. Die Frage mach ich jetzt einfach so und dann hier Treppe hin. Dann hab ich eine Treppe zu wenig mit. Na, toll. Jetzt sind wir wieder Tür. Ich hab nichts gesagt. Ich hab keine Treppe zu wenig mit. Das hab ich nie behauptet. Ich hab eine Treppe zu viel mit. Das hab ich schon immer gesagt. Das wollte ich von vornherein sagen. So, wir haben das da mit dem Abstieg gemacht. Dann haben wir einfach Kabel Stonis. Hm. Äh, weg da, das da, so. Hier können wir wieder die Platten. Also werde ich dann später auch noch ähm verändern. Also, ähm dem von der Brücke dann anpassen, denke ich mal. Weiß nicht, ob ich das dann da mache, oder ob ich das dann wirklich schon... Ah, obwohl ich mach es erst nach da. Gut. Äh, vergesst, dass ich das nicht gesagt habe. So, mach mal hier noch. Äh, diesen da. So. Ja, passt doch so. Wird schon so passen. Muss irgendwie. Jetzt schon. Läuft. Darauf essen wir erstmal was. So. Nein, wieso. Ich hab nichts gesagt. Essen. Ja, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Aber sowas von. So, dann machen wir hier. Diesen da. Und dann, genau. Kommt ihr. Ach, genau. Ich hab ja noch die Zäune. Die packe ich einfach so dazwischen. Das wird schon ganz cool sein. Auf jeden Fall mal. So. Jetzt aber weiter im Text. Äh. Ne? Das da und das da. So wollte ich das. Nein, ich will das erstmal, dass die sieben verbraucht sind. So. So wird ein Hut raus. Genau. Knack. Macht das da gleich. Voller Freude. So, das heißt also, hier machen wir... Was mach ich denn da? Ach, da mach ich einfach mal. Einfach so. Voll plump. Hände ich hier wahrscheinlich eigentlich auch. Diesen hier machen kann. Komm her. Und du kommst auch her. So. Das wird schon irgendwie passen. Es wird schon aussehen. Ähm. Treppe. 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 Knopf und Knopf und Knopf und das da und so. Treppe. Treppe. Knopf und Knopf. Und... So. Hier muss ich leider ein Sand wegnehmen. Ach, ich nehme den ganzen Sand weg. Fertig. Weil ich gleich wie weit hier drüben gehen muss. Ahaha, wieso? So. Komm her. Meins. Knopf und Knopf und das da. Sehr schön. So. Knopf und Knopf und das da und... hier muss ich aber jetzt tatsächlich den Sand wegnehmen. Einfach damit die Treppe die Form herannimmt. So. So, auf der anderen Seite. Warte, da ist das Ding. Okay, mal ein bisschen Knopf. Knopf. So. Es ist doch... alles fein. Sehr schön, es passt. So, ne? Nein, aber das sollte nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Knopf. Das Knopf. Und Treppe. Spring doch, Junge, spring doch. So. Jetzt nur noch das hier langführen und dann... kann ich mein geiles Gerüst abreißen. Abrüsten. Ahaha. Keine Ahnung. Dann werde ich mich um die Pfeiler kümmern und so. Und den Rest halt. Punkt. Punkt. Äh, warte, wie muss das denn jetzt? Der Punkt, dann ist hier Treppe. Habe ich so da drüben erspäht. No, nein. Aha. Wie das immer alles nicht so geht, ey. Argel. Arr. Find ich jetzt nicht so... Aha, nicht so geil. Gib mir das da. Und das da und... Oh, weiter hier. Da lang und Punkt. Punkt, Punkt. Das da. So. So. Die neuen Treppen rutschen schon nach. Sehr gut. Während hier und so und ne. Hier muss ich auch keinen Sand extra wegnehmen oder so. Gut. Darauf genehmig ich mir jetzt erstmal so ein Brötchen. Also ein Brot halt, ne. Ich hatte ja schon das mit den Verniedlichen erklärt. Ne. Äh, so. So. Brauche ich am dümmsten, denke ich mal, so ab. Danach werde ich natürlich nach den Steinen tauchen müssen. Weil doch ich will die wieder haben. Ich weiß, es ist ein Cobblestone, aber naja. So wie ich immer einen Steinmangel leide. Ist ja schon peinlich, ne. Aber egal. Das wird schon. So. 3, 2, 1. Wann bin ich denn am Ende? Hier. Hier ist Ende. So. Jetzt geben wir meine Steine wieder. Meine Steine. Ich meine keine meine Steine. Genau. So läuft das hier. Äh. Bei mir halt. Mein Stein, mein Stein. Ähm. Gut. Dann war die Brücke ja auch bald fertig, war. Also ging es schneller als ich erwartet habe. Na gut, ich meine, ich bin jetzt natürlich noch nicht fertig. Ich weiß noch nicht, ob die ganzen Steine reichen werden. Aber so an sich. Ja, naja. Ich muss jetzt halt nur noch oben drauf packen. Und nach unten drauf natürlich auch noch. Okay. Die werde ich jetzt aber aus dem Wasser abbauen. Da sind nicht so viele. Das sollte gehen. Oh, den habe ich fast übersehen. Das kann ja nicht sein hier. Mein Stein, mein Stein. Alles meine Steine. Alles meine Steine. Meine Steine. Äh. Und meine Luft. Hier liegt keiner rum. Gut. Kann vergessen. Äh. So. Jetzt geht noch nach oben. Mein Stein. Mein Stein. So. Liegt da noch einer rum. Ich sehe jetzt so direkt keinen. Dann kümmern wir uns mal um die Verzierung oben. Beziehungsweise erst mal. Ha. Erst mal muss ich ja. Äh. So. Na. Stehst du. Und zwar müssen ja auch noch die ganzen Säulen hin. Hier muss eigentlich nur. Das da. Das da. So. Das muss man ja natürlich von drüben wieder wegnehmen. Und das ist ja egal. So. Und so. So. Und so. Und. Huch. Ah. Hängen doch fest, ey. So. Ne. Dann passt das. So. Und. Welche damit. Eherzombie. Ich hab dich gehört. Aber halt die Fresse. So. Hier bei dem werde ich mir natürlich den Betonklotzenboden ersparen. Das lohnt sich ja gar nicht. Lass ich dann also einfach hier so, ne. Wie halt da so. So. Stehst du. Äh. Zaun. Das da. Und Zaun. Das. Und. Nein. Und das. Können wir natürlich auch so. Aber ich weiß nicht. Ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Wenn er die Ecken auch noch so mitmacht. Habe ich zumindest das Gefühl. Kann mich natürlich auch täuschen. Aber ich baue das jetzt einfach so erstmal. Wenn nicht kann man das ja später immer noch nachbessern. Äh. So. Zaun und. Das da und. Das. Das. Und. Das. Und. Zaun und. Huch und. Oha. Loch. Na toll. Na genau. Da oben muss ich ja sowieso noch. Und so. Das werde ich von oben machen. Allerdings werde ich vielleicht dann langsam mal schlafen. Ach Quatsch. Heute machen wir die Nacht durch. Wir sind wild und ungestüm. Oder so. Und zwar nehmen wir dafür mal das da und das da. Wir machen die Nacht durch mit sowas halt. Nein. So nicht. Mach mal so. Und. So. Und. So. Und. So. Ne. Das ganze nochmal von vorn. Ach. Ich glaube ich brauche noch ein paar Treppen. Das könnte eventuell sein. Na ja gut. Wie die muss sein. Guck davon nochmal. Ich brauche noch ein paar. Also nochmal. Ein Stack. Ich halte jetzt mal. Es dürfte das letzte Stack sein. Ne. Ist das noch nicht mal. Krass. Hätte ich jetzt ja tatsächlich nicht gedacht. Ach. Ich glaube da brauchen wir letztendlich auch noch ein paar mehr. Naja. Werden wir sehen. Wenn nicht in. Ah gut. TNT. Äh. 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 Blablabla. Action kann ich jetzt wieder nicht machen. Hab jetzt kein TNT. Obwohl ich hab wieder ein bisschen. Ah. Vielleicht reicht's für 200 TNT. Ich hab ja letztes Mal dann bei der Zeitrauffer Folge. Hab wirklich alles richtig schön in die Luft gejagt. Mit keine Ahnung wie viel dann 17 auf einmal oder so. Bin ich ja nochmal. Mining gegangen und so. Aber naja. Wenn ihr das jetzt nicht genau wisst was ich meine. Dann guckt euch einfach die Folge 300 an. Dann werdet ihr das schon sehen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt. Äh. Das ist natürlich.